Die Liebe seines Lebens ist tot. Schlagersänger Heino trauert um seine Hannelore. Im Alter von 81 Jahren stirbt die ehemalige Schauspielerin an einem Herzstillstand. Heinos Fans stehen ihm nun im Netz bei. Schon in den letzten Tagen wurde bekannt, dass sich der Gesundheitszustand von Heinos Frau Hannelore erheblich verschlechtert hatte. Nun ist sie im gemeinsamen Haus in Österreich gestorben, wie die Bild-Zeitung berichtet. Heinos Fans sind tief betrübt und wollen dem Schlagerstar beistehen. Tiefe Trauer bei den Fans – es muss ein Schock gewesen sein. Als Heino für die TV-Show Kiwis große Partynacht vor der Kamera stand, erhielt er die traurige Nachricht, dass sich Hannelore immer schwächer fühle. Sofort brach der 84-Jährige den Dreh in der Sat-Minus-Eins-Show ab, um zu seiner Frau nach Kitzbühel zu fahren. Dort starb Hannelore schließlich im Ehebett. Heinos Fans, die schon mit großer Vorfreude auf seine anstehende Tournee Heino – die Himmelrühmen – Europa-Kirchen-Tournee 2023-2024. gewartet hatten, sind schockiert über die Nachricht. Mein aufrichtiges Beileid. Sie wird dort oben auf dich warten. »Lieber Heino und ich sende dir und deiner Familie ganz viel Kraft«, lauten etwa die Kommentare auf Instagram und Facebook. Heino und Hannelore waren 44 Jahre lang ein Paar. Die beiden lernten sich 1972 beim Dreh des Films »Blau blüht« der Enzian kennen. Zu dieser Zeit war die gebürtige Österreicherin noch mit dem Prinzen Alfred von Auersprang verheiratet. Nachdem sie Heino das Ja-Wort gegeben hatte, hängte sie ihren Job als Schauspielerin an den Nagel und wurde seine Managerin. Zu der Bild-Zeitung sagte Heino vor wenigen Jahren noch, »Ich möchte einmal vor meine Hannelore von dieser Welt gehen.« Dieser Wunsch wurde ihm verwehrt. Wir wünschen ihm viel Kraft in dieser schweren Zeit. Wir wünschen ihm viel Kraft in dieser Zeit.